Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs wehtun. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Tut weh. Tat weh. Hat weh getan. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich tue weh. Du tust weh. Er tut weh. Wir tun weh. Ihr tut weh. Sie tun weh. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich tat weh. Du tatst weh. Er tat weh. Wir taten weh. Ihr tatet weh. Sie taten weh. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe weh getan. Du hast weh getan. Er hat weh getan. Er hat weh getan. Wir haben weh getan. Ihr habt weh getan. Sie haben weh getan. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich tue weh getan. Du tust weh. Er tue weh. Wir tue weh. Wir tue weh. Wir tue weh. Sie tue weh. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich tete weh. Du tätest weh. Er tete weh. Wir teten weh. Ihr tätet weh. Sie teten weh. Den Schluss macht der Imperativ. Tue weh du. Tun weh wir. Tut weh ihr. Tun weh sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb wehtun. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald.